Der beklaut mich da oben gerade. Ah doch, es geht noch. Wir sind bei Tag 23 und haben fast die 40.000. Warum auch immer ich jetzt auf einmal so wenig einnehme. So, ich kann jetzt auch mal wieder die Häuser in die Routen mit reinnehmen. Ja, wir haben die 40.000 überschritten. Jetzt haben wir schon 41.000 und nicht mal Tag 25. Sehr gut. Ja, falls ihr es nicht merkt, ich bin ein bisschen himmelig, weil die Zeit knapp wird. Es aber gut aussieht eigentlich. Okay. Das wiederum fände ich jetzt nicht so toll. Mist. Gut, mit der einen Wache, äh, mit der, mit dem einen, mit der einen Elfe wird der Ranger ja fertig werden. Äh, die Palastwache. 42.000. Solange sowas nicht nochmal passiert, sollten wir eigentlich sicher sein. Markttag, 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 Markttag. Ja, die Ratten sind noch ein bisschen nervig. Wir sind fast am Ziel angekommen und haben noch fünf Targets. Das ist sehr gut. Ich hoffe, dass der da überlebt. Der hat nämlich auch wieder einen Haufen Geld dabei. Ich hoffe ja, dass die Ratte... Oh, das ist... Zurück hat die Elfe auf die Ratte geschossen und nicht auf meinen Steuereintreiber. Das ist jetzt wieder weniger schön. Das war nämlich wieder einer meiner Steuereintreiber. Mit viel Geld. Dass sie sich jetzt in den letzten Tagen so verlaufen müssen. Ja, aber das schaffen wir noch locker. Komm, wir haben noch vier Tage und müssen keine 5.000 Gold mehr einnehmen. Der da kehrt ja zum Beispiel noch mit nichts zurück, aber er kehrt mit was zurück. Er holt das Geld hier. Da ist noch jede Menge Gold. So, dann schneiden wir das Ganze mal, indem wir alles Gold zusammenklauen. Ja, jetzt sind wir fast am Limit und haben noch knapp drei, gut drei Tage sogar. Es fehlen halt wirklich nur jetzt gerade die nächsten Markttage und dann haben wir das Geld zusammen. So, Markttage. So, Markttage. Und wir haben das Geld. Sehr schön. Einen Haufen Geld ausgegeben. Einen Haufen Geld ausgegeben. Research Buildings haben wir halt viel ausgegeben. 22 Gebäude, 23 stehen, weil unsere Palast halt steht. 18 Helden rekrutiert, davon 4 überlebt. Aber wir haben es geschafft, diese Mission abzuschließen. Yay. Jetzt kommen wir zur noch schlimmeren Mission. Und dann können wir die Advanced Mission endlich machen. Also, das da war eine Secret Mission und das da war eine Secret Mission. Das heißt, ich werde mich erstmal mit den dreien hier drüben beschäftigen. Und mit dem Mighty Dragon. Ja, und dann sehen wir weiter. Gut, da war jetzt erstmal Team with the Demon. 10.000 Gold in 40 Tagen. Marktplatz. Garthaus. Das Garthaus da werde ich wenigstens mit Pfeilen versehen. Warrior. Wobei es hieß, dass Priester besser sein sollen. Und ja, es würde eine richtig Lame-Taktik geben bei dieser Mission. Your Majesty, ein neues Gebäude ist complete. Ich wäre jetzt nur froh drüber, wenn meine Guardsmen... Ich will starten einfach mal, weil vielleicht sollte ich doch wirklich Priesterin ausbilden. Spin. Obwohl, jetzt ist mein Warrior-Gilde direkt neben mir. Marktplatz und... Ein Inn. Weil das Problem ist halt wirklich... Meine... Kryptapriesterin beschweren Skelette und halt nicht sonderlich viel aus. Wo ist denn sie denn? Ja, die ruht sich gerade aus. Du bist eine Strecke. Du bist eine Strecke. Ein neues Gebäude ist complete. Du bist eine Strecke. Ein neues Gebäude ist complete. So, die Steine Post. Hm. so die werden jetzt alle mal von der reparatur und steuerroute entfernt die gebäude hier oben die healing portions war die falsche forschung ich wollte erstmal den markttag haben die elfen die holen wir uns auf jeden fall weiter da unten steht ja sogar was die verschiedenen sachen brauchen ja der der bungalow erhöht nämlich verdoppelt nämlich das geld am marktplatz was wichtig ist und ja zur not muss ich den invisibility spell auf die priesterin kasten was aber auch blödsinn ist dich repariere ich doch mal weil ich es gerade kann so markttag ja die diebe hier können nervig sein das heißt wir wissen aus welcher richtung die die bekommen und sollten dort noch ein gardhaus hinbauen so das hält sie nämlich ein bisschen davon ab uns auf die nerven zu gehen du solltest dir mal hilfe kriegen von die werden nämlich sonst auf rampage gehen hier geht schon mal alles für die hunde wir haben aber geld für einen elfen bungalow und um pfeile zu erforschen und als nächstes müssen wir den marktplatz verbessern weiter haben wir glück und die skelette die kümmern sich jetzt gerade um sich selber so erstmal müssen wir den marktplatz aufwerten aber ja wir haben schon mal ein bisschen mehr ruhe und frieden hier der bringt geld wir haben den elfen bungalow also kriegen wir jetzt auch mehr geld durch den marktplatz sovran a building hat been upgraded approaches Untertitelung des ZDF für funk, 2017